Man muss so dick aufdrücken, um überhaupt die dünne Dünne hinzukriegen. Man traut sich nicht, ne? Ich hab Angst, dass ich das kapriere. Meck dir? Ja. Es ist das dicke Aufdrücken, um überhaupt das Dünne hinzukriegen. Da steht er. Meck dir, ne? Meck dir, wie? Meck dir? Ja. Das sind erstmal die einfachsten. Oder... Frankfurt am... Meck dir? Also du hast höchstens durch die Abstände, dass du ungefähr weißt, wann neuer Buchstabe kommt. Durch die dünnen Striche.